Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil von Anna Wout. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und viel Spaß. Alter, oh, volles Blutband. Die Hand. Ziemlich gewalttätig, was sie abgegangen ist. So, do you remember anything? Anything at all? Nope. A small mercy, perhaps. For you, at least. These innocents, innocents of this city who I have sworn to protect, were destroyed by your hands. I'm afraid you could, and, uh, you did. You were possessed by some kind of demon. It made you do things. You do not remember? One year ago, you slaughtered those police officers. And those teenagers. Your body did, if that's what you mean. That club's been a condemned site ever since. The story was top news for weeks. Every district in the city was searching for you. As were we. And it is fortunate that we found you first. These people on the floor, torn apart using your bare hands. The rain washed away most of the blood from your hands. But it will always be there. Whether you can see it or not. The off-mond thunder. Huh. It is good that you think this way. The demon who possessed you? It would not. Listen to me. These feelings you've got right now. The guilt, the anger. Hold on to that. It means you're human. You'll need that going forward. Speaking of going. Yeah, we need to scoot. Did you put up a veil, Mandana? I did. And it will confuse the police long enough for us to get away. But we should not tarry. Mandana and Eli, right? Yeah. Good. 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 Oh? You are mistaken. You know I speak the truth. I know what you are, Jenschild. I know you cannot speak false. Nevertheless, a beacon appeared. A path was formed. I nearly followed it. Nobody here has done such a thing. That might not be entirely true. Ups. Ups. Yeah. Bäh. Voll die Haut vom Gewicht abgezogen. Widerlich nicht. Okay, das funktioniert nicht. Dann... Also, es muss irgendwas mit Strom zu tun haben. Und ich nehme ihn mal an mit Wasser. Aber er steht nicht im Wasser. Deswegen verstopfe ich jetzt dieses Rohr. Und jetzt steht er im Wasser. Ich muss jetzt irgendwie diesen Strom ins Wasser kriegen. Das kann sein, aber wir werden. Okay, das mache ich wohl. So. 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 Das ist einfach. Allerdings Und da war gut gemacht. Mhm. Das war creatively gemacht. Guck! Agenie. Was ist das Schmerz? Es schützt. Nicht wie alles, was ich schon erlebt habe. Bitte, ich wurde von Lightning vor 20 Minuten. Sei nicht so ein Baby. Ich... Das Stench... Es kann nicht sein. Du bist ein Dämon-Spawn? Auf diesem Plan? Die Korruption ist noch nicht in dir. Warum kommst du hier hier, um mich zu schützieren? Es ist kein Dämon. Ich habe ihn weg. Du bist ein Schmerz. Die Korruption fliegt. Kreatur, du bist auf unserer Merse. Zurück nach dem Void. Du weißt, dass ich das nicht kann. Ich habe all meine Energie benutzt, um hier zu kommen. Ich werde nicht die Rückwanderung ohne Essen überleben. Ich muss auf menschliche Fleisch freden. In diesem Welt wird nichts anderes mich zu unterstützen. Hmm... Ja, liegt da nicht ein Haufen Leichen oben rum? Was? Das ist... Ugh! Die Dämon-Spawn spricht wahr? Es gibt Fleisch? In diesem Gebäude? Ja. Ja, es gibt es. Es ist nur ein Stunden vorhin. Fraßes Fleisch? Das ist perfekt! Lass mich meine Fülle konsumieren, und ich werde dich in Frieden lassen. Ich... Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Es würde zu viel Aufmerksamkeit nehmen. Die Polizei sind sicherlich zu erkennen. Nicht zu sagen, dass die Gefühle in der Nähe sind innocent. Sie haben Familien. Lieben. Sie wollen Klauseln. Ich bin auch innocent, Mageling. Du hast mich verletzt. Ich habe nur Antworten. Würdest du mich nur für das töten? Es spricht wahr, Eli. Was ist deine Entscheidung? Ich muss das jetzt entscheiden. Ähm... Ich glaube, das geht ewig weiter. Also, ich entscheide das jetzt. Ähm... Let him feed. Ähm... Ich glaube, das geht ewig weiter. Also, ich entscheide das jetzt. Ähm... Let him feed. Er hat aber einiges übergelassen, was? Es ist fertig. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Danke, Gott. Wir sind weg. All in all, das war eventuell. Ja. Eventuell. Wir haben gut gemacht. Wir haben. Wir haben alle gemacht. Wir haben. Entstanden. Du hast eine enorme Fortität, insbesondere für einen in deinem... Situation. Hm. Humor. Wir haben alle geholfen, die wir bekommen. Wir haben alle geholfen, die wir bekommen. Es ist klar, dass deine alte Leben weg ist. Aber wir können helfen. Wir können dir eine neue Identität. Eine neue Leben. Eine neue Ziel. Eine neue Ziel. Normalerweise gibt es ein Prozess. Aber du hast mehr als Sie sich heute gewusst. Also, was du sagen? Willst du uns mit uns? Na klar. Danke, Gott. Ich habe ein neues Blut, vor allem. Entschuldigung. Das ist viel weniger... ... in meinem Kopf. Wir sind alle疲ert. Wir können uns die Einstellungen zu finden, nach unseren Hauptsitzenden. Das ist gut. Ich bin Eli. Das ist Mandana. Willkommen zum Unabhängen, mein Freund. Verrückst mir. Ihr Leben wird niemals das gleich. So, das war's für die zweite Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Tschü tschü!